moin moin leute willkommen zu einem neuen video wir machen heute wieder mit brandon parte 3 warte ja nehmt doch wenigstens ein rocket launcher er hat wirklich hier noch mehr rocket launcher moni ich brauche mit dieser vierfache rocket launcher bockt ja hast du eine snipe oder so ich habe eine jacke gegner egal ja und wieso mit junger ich habe ich bin verloren von wo von wo da 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 was auf was auf hier hier direkt hier unter uns alleine doch ist ja gültig neuer kommt wenn du willst ich bin gerade ein video mit ihr spot 3 hier gibt es nicht wenig moni alter was ist das ich habe fast alle mit dem ich glaube ich habe fast alle mit dockerluncher gekillt ich brauche nur mit ein 8 gegner ich bin zwei leute und acht gegner übrig das kann nur eins heißen okay ab voll von wo bestimmt direkt wieso schießt du immer ja du musst vieles aber auch nicht machen pass auf eine zeit kollegist auf dem berg headshot oh der kollege hat mich fast gesnipet sein kollega hätte ich auch nicht pass auf junge das seine kollege schießt auch hinter mir junge wieso kriegen die keine hits ja junge wir sind tot was auf was auf was auf sein kollege ja er macht es noch eine letzte runde ja schade ich würde immer die sollen wir noch mal diesen modus ja ja ich muss auch nach dieser runde gehen ja das motel oder so ja das ding ist nicht von hinten getroffen und sonst wäre ich nicht so anschaut aber nie und danach okay aber das war ein hacker ich habe also damit so genau den fast getroffene trotzdem kriegt er kein schaden oder jackenwerk von weiten ja ich meine nicht nur sniper anstatt wenn ich mich jetzt mal gucken lass mal hier nein junge ich dachte ich bin safe ja junge ist egal nein ja dann noch diese rennstrecke 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 ich will mich mit dir ein sieg und ja die zuschauer sollen es auch sehen immer wenn ich so warte kurz immer wenn ich zocke ne ist mein pc immer so laut dass ich weiß nicht wieso ich habe ein geschenkert hat bitte die sniper wir sind schnuchten ja eine goldene skar von der kiste gezogen ich habe sechs minis der ist jetzt gefunden das ist ein blauer punkt ja ich bin gesehen hat das gehört ein blauer jacke werden hier ist eine blaue maschinenpistole wenn du willst die uns mein Gott ich hätte die Munition geklaut Nein 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 ich hab 18 Kannst du die gesehen? Also nehmen Stoie sind Ja wo sind die? Was? Warten mal kurz die 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 ich was ich nehme jetzt wieder diesen ball ich spiel es mit dem fußball muss dann gar nichts an dieser land die ddgb so ein g character be infin uzman noch Kommerkennig starten doch hier liegen so viele Leute Merkommas ist benutzen wenn es gibt Kondorf Lama 15 Prozent und die Brüder sind so laut nennen in der Nähe ich weiß es ist kein spaß ja auch nicht ist kein dauer ich habe ich so ein gesnipet gestern mein ding ist das erste video bei kreativen ich mache so ein video ne mein freund kommt so mit falschen auf mich ich gehe noch ja ich brauche es ich brauche es oh hey die bolle sind so einander der typ der bei mir ist so ein schott hey pass auf er kommt hinter dir der type so anschaut nein du musst öffnen das ist wieviel zeit habe ich ich geh öffnen